Hallo meine Lieben, ich grüße, ich bin deine Kujay Loren und ich freue mich wieder hier zu sein. Oktober beginnt, Oktober beginnt volle Überraschungen und zwar positive Überraschungen. Ich bitte dich, halte dich fest. Es kommen Finsternisse sehr, sehr bald, besonders Mitte Oktober und dafür würde ich so gerne eine neue Aufzeichnung machen, weil es gibt so viele Informationen, die unglaublich positiv sind für unsere Weiterentwicklung. Im Moment erstmal zu dieser ersten Hälfte des Monats, im Oktober, bitte ich dich darum, dass du achtest auf folgenden Wegen. Wir haben immer zwei Türen, die uns dazu die Möglichkeit geben zu entscheiden. Rechts, meine Wahrheit, meine Liebe, mein Herz, mein Glück oder die anderen, meine Ängste, meine Sorgen, meine Gedanken, vielleicht meine Schwächen. Und das ist jetzt, was genau jetzt am Anfang Oktober sich zeigen wird. Wir haben immer die Möglichkeit zu wählen. Das ist unsere freie Wille und diese freie Wille ist ein Zeichen dafür, dass das Universum ein besonderes Gesetz mit uns aktivieren ist. Oktober ist der Monat, in dem wir viele Chancen haben, in unsere Kraft zu kommen, in unser Glück zu kommen, in unsere Harmonie zu kommen. Und wir haben die Chance zu wählen. Bist du bereit, in dieser alten Vergangenheit festgehalten zu werden oder du lässt dich festhalten? Oder bist du bereit, dein Glück, deine Freiheit, deine Freude, deine Harmonie zu leben? 1., 2., 3. Oktober und noch eine Woche, drei Tage danach, haben wir die Möglichkeit, in uns die Priester, die Priesterin zu leben. Wir haben die Möglichkeit zu erkennen, wer wir sind. Wenn du positiv bleibst und du entscheidest dich für den Wald, dein Herz zu folgen, du wirst es merken, dann wirst du die Möglichkeit haben, sehr glücklich zu sein. Oktober, ich wiederhole, ist der Monat die Chancen. Ist der Monat aber trotzdem. Wir bekommen nicht einfach so Geschenke, weil wir es wert sind. Natürlich sind wir es wert. Aber wir müssen das an dem Universum zeigen. Und laut Schamanismus und laut dem universellen Gesetz des Ausgleichs, wir müssen dafür was geben und was zu bekommen. Und in diesem Fall, was wir zu geben haben, bedeutet, die Prüfungen zu bestehen von Themen, die wir ja schon in der Vergangenheit gedacht haben, dass wir ja schon bestanden haben. Es ist so, es kommen Themen. Themen, die vielleicht nicht mal so heftig sein werden, wie in der Vergangenheit. Es kommen Themen, die sich zeigen werden, in denen wir die Möglichkeit haben, sie zu bestehen. Du kennst diese Themen. Es fehlt dir, wenn sie nochmal kommen, es fehlt dir nur so wenig, um sie zu bestehen. Und die Chancen sind da, um die Priester, die Priesterin in dir anzunehmen, anzuerkennen, der Schaman, der Schamane in dir zu akzeptieren. Der großartige Mensch, der in dir steckt, voller Gabe, will endlich gelebt werden. Wir haben vor kurzem in unserem Herzenöffnungs-Online-Retreat, besonders jetzt in diesen Tagen, haben wir das Thema meine Gaben erlebt. Wir haben ein großartiges Ritual gemacht, in dem wir Kontakt aufnehmen mit dem wahren Ich. Mit genau diesem Mensch, den wir wissen, der in uns ist. Dieser Mensch, den wir uns nicht trauen zu sagen, ich bin großartig. Manchmal passiert in unserem Leben, dass wir im Laufe unserer ganzen Kindheit, Jugend, wie auch immer, die Umstände, sei es in der Schule, sei es durch unsere Eltern, durch unsere Familie, durch die Gesellschaft, durch die Politik, durch unsere Freunde, haben wir uns nicht getraut zu zeigen, der Mensch, der in uns lebt. Und genau jetzt ist die Chance gekommen. Diesen Mensch, der positiv, der mächtig, der liebevoll ist, zu zeigen. Bitte, allen energetischen Konstellationen des Universums befinden sich jetzt am Anfang Oktober da, um uns zu unterstützen, diese machtvolle Ich, liebevoll, in tiefer Verbindung mit Planet Erde und mit dem Universum, der sich zeigen will. Stehe zu dir, schließe alte Bücher, komm zurück zu dir selbst und sag ja zu diesem Mensch, den du weißt, du bist. Übernehme die Verantwortung über dein wundervolles Leben und tue, was dein Herz dir sagt. Fühle, denke nicht mehr, fühle und sei glücklich ohne Ende. Oktober ist ein großartiger Monat mit zarten Prüfungen, die du aber kennst und die du sehr gut bestehen kannst. Und achte auf, was Mitte Oktober für uns kommen wird. Es ist eine Art Vorbereitung für ein neues Leben. Und weißt du, jetzt zu diesem neuen Mond in Oktober beginnen wir Frauen der Erde ein neues Siklus. Ein neues Siklus, ein Neubeginn, aber ein mächtiger Neubeginn. Wir haben ja schon 13 Monate gearbeitet, kollektiv. Und jetzt diese neuen 13 Monate, die zu uns kommen werden, ab diesem Monat wird uns eine neue Möglichkeit für ein Neubeginn in dieser mächtigen neuen Zeit, die schon vorhanden ist. Die Prüfungen stehen so gut wie hinter uns. Und genauso passiert etwas noch Großartiges. Männer der Erde sind geboren. Und die Männer jetzt beginnen den neuen Siklus mit uns, Frauen der Erde, jetzt ab Oktober. Wenn du gern und Interesse hast, mitzumachen, bitte melde dich bei uns. Hier unten stehen unter der Beschreibung der unterschiedlichen Links, die uns zu unseren Männern der Erde und Frauen der Erde führen werden. Wir freuen uns auf dich. Und danke, dass es dich gibt. Ich liebe dich und ich sehe dich. Danke, dass du bis jetzt uns begleitet hast. Und danke für deine liebe Worte. Danke auch für deine Anträgungen. Und danke, dass du auch zu Schamanismus Ja sagst. Schamanismus ist eine alte Urwissenschaft, die nur wiederbelebt werden möchte. Und diese Urwissenschaft, Schamanismus, sagt einfach, dass wir als Priester, als Priesterinnen, als Schamanen, als Heiler, als Mutter, als Menschen mit großen Fähigkeiten, jetzt die Chance haben, endlich glücklich und in Harmonie zu leben. Im Namen der Neuen Zeit, die so bald ab diesem Mitte Oktober sich zeigen wird, dafür sprechen wir in einer neuen Botschaft, dann wirst du ein bisschen mehr darüber wissen. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Und ich freue mich auch, dass die Neuen Zeit endlich da ist. Danke. Und ich sage dir, bis gleich. Ich liebe dich. Danke, dass es dich gibt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.